UNTERTITELUNG Russell, wir konnten deinen Bruder nicht finden. Du meinst, dass ihr nicht nach Rodney sucht? Nein. Das ist eine ganz andere Welt in diesen Bergen. Die haben ihre eigene Form von Gerechtigkeit und wir spielen dabei keine Rolle. Ihr Anführer ist extrem gefährlich. Du musst deinen Bruder finden. Aber sei vorsichtig. Ich bin der Bruder von Rodney Bates. Und ich gehe hier nicht ohne ihn weg. Vergib mir meine Sünden, oh Herr. Die Sünden meiner Jugend. Die Sünden meines Alters. Die Sünden meiner Seele. Wir sind Brüder und ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin der Brünchen. Ich bin der Brüder. Ich bin der Brüder. Dies ist ein Rippfläparfest. Mit dem Brüder ist uns schnell wertvoll. DK